Ja. Deine Reifen überholen mich gerade links. Bitte was? Irgendwelche Reifen überholen gerade. Der Anhänger steht noch da hinten. Links, direkt links neben mir sind jetzt irgendwelche Reifen. Okay. Die Reifen kommen wieder. Siehst du mal den Truck denn? Ja, der ist ganz normal hinter mir, aber die Reifen überholen uns gerade. Die Reifen sind jetzt schon vor mir. Mach ein Video davon. Ich bin dabei. Wie viel Sprit hast du noch? 23 Liter. Dachte mal Neo, er muss vorbeikommen und Sprit hier rumbringen. Geht gerade nicht. Den bauen wollte ich, danke. Du musst den Reifen erst wieder reinholen. Was? 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 Wie viel Sprit hast du noch? 177 Liter. Okay. Du könntest mich sonst nachtanken vielleicht. Okay. Die Reifen sind weg. Ah ne, da rechts im Gebirge waren sie. Ja, rechts oben. Du bist auf diese Straße. Da wo ich hingehe, brauche ich keine Straße. Also die Reifen fahren immer schneller und der Anhänger steht immer noch da unten. Bei mir. Ne, der hängt bei mir hinten am... Und zieht ganz schön. Weil sonst werden wir hier schon ein bisschen weiter, glaube ich mal. Soll ich mal wieder die Handbremse reinmachen erstmal und du fährst wieder vor? Ich weiß nicht, wie ich vorfahren kann. Ich scheine hier etwas fest zu hängen. Vor allem ist jetzt gerade Flix an Binder. Gut, Entschuldigung. Boah, ist alles gut. Ist dein LKW. Oh. Keine Meuterei. Okay. Yay. Wie jemand eine Meuterei verhindert. Das ist sehr untypisch. Hätte ich jetzt eher für den Typen gehalten, der eine anführt. Aufkommen. Ja. Ja. Gut, ganz schön. Das ist hier.